Hallo zusammen, mich ist wieder heute La und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und sollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in der zweiten Zone von Dragonflight bekommen können. Und zwar befinde ich mich einmal in der Ebene von Unhara. Und da sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 45, 49. Und hier können wir nämlich eine Quest absolvieren, wo wir einen Toy bekommen. Und das Toy will ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier einmal das Toy Strauß der Liebenden. Und das gibt es einfach durch die Quest so schön, ich falle in Ohnmacht. Also Ohnmacht wie das Onada-Gebiet. Naja gut, ist ein kleiner Wortwitz. Ich würde sagen, wir lernen das mal und dann zeige ich euch kurz, wo ihr questen müsst, dass ihr das Teil kriegt. Also Strauß der Liebenden einmal gelernt. Und das können wir dann jemandem zuschmeißen. Und ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Also hier in das Menü rein. Und hier unten haben wir Strauß der Liebenden. Werft den Strauß der Liebsten einem Freund oder einer Freundin zu. Und ich habe jetzt hier meinen Zweitschar. Der muss dafür genügen. Und das machen wir jetzt mal kurz. Achso, da muss man direkt drauf zielen. Ah. Okay, also es ist nicht so ein Item, was man quasi jemanden targetet und hinwirft. Sondern muss da tatsächlich quasi auch noch ein bisschen zielen können. Okay. Ich habe das ein bisschen rausgesucht. Hier ist einmal die Questreihe, die ihr freischalten müsst. Viele Quests sind es tatsächlich nicht. Und zwar haben wir hier zwei Quests, die starten in dem großen Lager hier. Und zwar haben wir hier einen Questgeber. Und den haben wir Windweiser Dawa. Und dann haben wir Jäger Narre Mann. Und die beiden Quests müsst ihr erstmal erledigen, dass ihr dementsprechend dann die nächste bekommt. Und das ist dann so schön, wie ich Fall in Ohn macht. Genau. Und da gibt es dann einfach das Toy von. Das sind alles Sidequests, also keine Mainquests rein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ihr das Lager hier schon freigeschalten habt. Ohne, dass ihr die Startquest hier vom Gebiet spielt. Also die Kampagnenquest. Ich bin mit der Kampagne hier reingekommen und habe direkt hier diese Quest bekommen. Sobald ihr die beiden erledigt habt, werdet ihr die hinterher geschickt. Und hier gibt es dann die Unmachtsquest. Da müsst ihr einfach nur dementsprechend hier einen kleinen Dialog anhören. Das abgeben und kriegt direkt euer Toy. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toyguide. Und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wie ihr positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.